Ich konnte die FitBurn Beta App testen und habe heute ein kleines Resümee dazu und gebe euch die Updates zum Projekt FitBurn. Auch alle Infos zu diesen ganzen Self-Verträgen, wann die dann kommen, wenn du in den Preset reingegangen bist. Und wir schauen uns einfach mal alles rundherum an, was sich bisher so getan hat. Weil es ist schon ein paar Wochen her, seitdem ich über FitBurn das letzte Video hochgeladen habe. Richtig, richtig cool, was sich bis dahin alles getan hat. Wenn man auf Telegram mitzieht, immer mehr Members kommen in die Gruppe. Auf Social Media werden sehr viele Updates einfach immer rausgebracht und das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Und damit natürlich einmal herzlich willkommen zu diesem Video. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich teile mit euch meine Erfahrungen aus der Beta-Version von FitBurn. Denn tatsächlich, ich habe mir so einen Pulsgurt gekauft. Ich habe mir am Anfang eine Apple Watch gekauft, mit der ging es dann nicht. Dann habe ich schnell umgestellt und mir dann so einen Pulsgurt geholt und dann habe ich schon ausprobiert, wie die App funktioniert. Und tatsächlich, es ist ja noch die Beta-Ding, es haben manche Sachen noch nicht so perfekt funktioniert. Ich hatte auch das Problem, dass ich diesen Gurt falsch angebracht habe. Mein erster Tipp für alle Leute da draußen, kauft euch keinen Brustgurt. Es ist beim Laufen richtig lästig und es ist im Gym ganz, ganz, ganz unpraktisch. Eine Armbanduhr oder irgendein Gerät für euer Handgelenk oder Oberarm ist viel, viel angenehmer als so ein Brustgurt. Dementsprechend vom Polar kann man sich den holen, aber für den Arm macht das auf jeden Fall viel mehr Sinn, als jetzt über den Brustkorb so einen Tracker zu benutzen. Die App hat das Ding sofort gefunden. Ich habe da genau Batterien reingemacht und die App hat diesen Tracker sofort drinnen gehabt. Das passt wunderbar. Nur beim Tracken, ich hatte das irgendwie doch nicht so ganz mit drinnen. Und ich habe auch versucht, so viele Kalorien wie möglich nur einzuhamstern. Und wenn du dann überlegst, okay, burn to earn, wenn du Cardio machst, wenn du irgendwo laufen gehst, dann verbrennst du mehr Kalorien als mit Kraftsport. Und in der Beta-Version ist noch kein Geo-Tracking mit drin. Das heißt, es funktioniert auch außerhalb eines Gyms oder einer Sportstätte, die auf Google Maps gekennzeichnet ist. Ich bin dann laufen gegangen und ich habe das Ganze auch am Handy-Display mit aufgenommen. Ich bin dann durch einen Wald gelaufen, wo kein Internet war. Das war, glaube ich, nicht so förderlich. Und das hat dann immer wieder meine ganzen Tracking-Historien zunichte gemacht. Manchmal musste man die App im App-Store updaten und das habe ich vorher nicht gemacht. Das waren irgendwie zehn Updates über eine Woche, die ich nicht gemacht hatte. Und dann ist wieder meine Historie nicht drinnen gewesen. Nichtsdestotrotz, es hat dann auch funktioniert mit diesen ganzen Upgrades kaufen, was die Zeit angeht, was die Verdienste angeht. Und nach ein paar Mal Nachfragen hat es dann auch funktioniert. Und die FitBurn-App kann man vollwertig nutzen. Macht Spaß, macht Sinn. Und man merkt, okay, es ist verdammt anstrengend, hier Tokens zu bekommen. Was für mich natürlich das Allerwichtigste ist, dass man hier Gains machen kann. Man kann mit einem steigenden Token rechnen und auch, dass sein Investment mehr wird. Und da möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, was die Tokenomics betrifft. Da möchte ich ein paar Thesen aufstellen und auch ein paar wichtige Use Cases dazu klarstellen. Und was ich richtig krass finde, was echt schon ein gutes, frühes Announcement ist, man kann mit den Token, wenn das TGE passiert ist, wenn das alles gelauncht ist, bereits mit den Cal-Tokens physische Artikel kaufen, wie jetzt hier Supplement. Das ist richtig krass. Wir haben jetzt einen Token, den wir quasi aus der Luft minden, mit Kalorien verbrennen und wir können diese dann auch ausgeben. Und was für mich der wichtigste Punkt ist, dass wir hier jetzt eigentlich ein Produkt haben, was für die Krypto-Szene sehr uninteressant ist. Und ich glaube, wer die Videos gesehen hat mit mir und Ferhat im Interview, die Gespräche, der weiß auch, dass FitBurn so ziemlich null Interesse hat, die ganzen Krypto-Menschen ins Gym zu schleppen, sondern sie targetieren viel mehr die Leute, die generell ins Gym gehen und somit nicht unbedingt Krypto-affin sind und bauen hier wirklich eine Fitness-App auf, wie man sie überall draußen kennt. My Fitness, Pal, irgendwelche Health-Samsung-Dinger und weiß Gott, was es da noch alles draußen gibt. Mit dem Aspekt, du bekommst noch ein paar Earning-Punkte dazu, du verdienst ein bisschen Geld. Es gibt auch schon in der App den Unterpunkt Vermieten. Also Leute, die im Gym sind, ihre 600 Dollar fürs NFT sowieso nicht auf der Seite haben, können das sofort mieten und somit auch dann wirklich ohne Einsatz, ohne finanziellen Einsatz Geld verdienen. Und der Vermieter bekommt natürlich auch noch Geld. Was für mich der aller, aller wichtigste Punkt ist, und das könnt ihr hier auch auf der Roadmap-Seite sehen, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt, generell die Ambassadoren, keine Krypto-Leute drin, was mega wichtig ist, weil wir wollen hier keine Krypto-Leute attracten. Und ich glaube, die Krypto-Zielgruppe ist auch viel kleiner als die Sport-Zielgruppe. Und das allerwichtigste ist, how many NFTs will be available? Wie viele NFTs wird es geben? Und im ersten Batch wird es genau 11.111 Stück geben. Und warum ist das so wichtig? Wir haben das bei Steppen gesehen, wir haben Schuhe gehabt, man konnte unendlich oft minten, man musste den Token kaufen zum Minden, dann hat man gemintet. Und es wurden, ich glaube, in einem Monat über 100.000 oder sogar 200.000 Schuhe gemintet, was eine Inflation von mehreren hundert Prozent zu dem Zeitpunkt war. Und das hat einfach die Preise alle in den Boden gedrückt. Und hier haben wir keine Möglichkeit zum Minden. Hier muss man die NFTs mit dem Cal-Token kaufen und sie sind limitiert. Sollten diese 11.111 NFTs gekauft werden, sind ja über 6,5 Millionen Dollar, die schon mal in diesen Reward-Pool gehen, grundsätzlich Einnahmen sind für die Firma. Und wenn dann irgendwelche Influencer, die riesengroße Reichweiten haben, Werbung machen und das irgendjemand cool finden, denkt sich, okay, ich habe keine 600 Dollar, ich kann es mir trotzdem mieten, werde burnen, werde earnen und dann kann ich mir gratis meine Supplemente holen. Ich glaube, dass die Zielgruppe, die Fitburn anspricht, so etwas wie auscashen oder irgendwie Profite nehmen, kein bekanntes Wort ist, sondern eher so, okay, ich kann mir meinen gratis Proteinshake holen und, und, und. Also das ist schon mal die Idee dahinter richtig gut. Und ich verstehe da jeden Kritiker, der sagt, okay, move to earn, dies, das, Ananas, das kannst du vergessen. Aber ich kann mit meinem Token schon mal in echt etwas kaufen, dass es einen Benefit für mich hat. Ich finde Leute, die nicht auscashen wollen, sondern eben diesen Benefit für sich nutzen wollen. Und ich habe Limitierung drin und grundsätzlich mal Attraction durch Influencer, durch Leute, die meine Vorbilder sind. Unglaublich krasse Sportler, ob es Kampfsport ist, ob es Kraftsport ist. Also die machen das schon richtig. Und ich denke auch, dass wir mit den Investings, die wir aus dem Pre-Sale haben, immer so diesen Zwang haben, glaube ich, eh nur Stück für Stück Abverkäufe zu tätigen oder mal Profite mitzunehmen. Und ich glaube, da kann sich der Token schon gut erholen. Die Buying Pressure des Cal-Tokens wird wahrscheinlich auch so in die Richtung anfangs höher sein als im Nachhinein, weil du diese natürlich brauchst, um NFTs zu kaufen. Das Gute ist, es wird dann immer mehr NFTs geben pro Badge. Dann werden wieder Cal-Token gebraucht, um die NFTs zu kaufen. Also ich glaube, hier ist einfach wirklich so ein gutes System, eine Firma im Endeffekt, wo man da investiert. Das hat nicht mit zu tun mit einem anonymen Bitcoin-Blockchain, was auch immer Zeug, sondern hier hast du wirklich eine Firma, eine Idee dahinter und das Ganze ist so spruch- und vorzeigereif, wo ich mir echt denke, sieht schon mal richtig gut aus, was für Updates kommen. Auch dem CEO, Ferhat, wenn man ihm folgt, er postet da regelmäßig sämtliche Content-Sachen, sämtliche neue Werbevideos und ich würde meiner Freundin auch so ein T-Shirt kaufen. Die sehen cool aus, ich habe sogar so ein T-Shirt, es ist gerade in der Wäsche, weil ich damit zum Sport gegangen bin beziehungsweise auch laufen gewesen bin und das sind ja wirklich organische, gute Werbematerialien, die machen Spaß. Das siehst du so in der Fitnessszene oft und es funktioniert. Also ich glaube, dass man hier schon einen Teil viral gehen kann, wenn wir auf jeden Fall auch die Partner ansehen, die hier noch mit drinnen sind. Das sind halt Influencer, die sind schon ein ganz anderes Kaliber als jetzt irgendwie ein 5000-Follower-Account auf YouTube. Wir Kryptoleute sind halt schon wirklich auch DaVinci. Er ist so ein Krypto-Influencer, der Bitcoin bei einem Dollar empfohlen hat zu kaufen. Man sollte ihn oder man könnte ihn schon gut kennen. Wir sind auf jeden Fall eher so diese Finanzspritze, die Projekte auf jeden Fall am Anfang braucht, aber nicht die schlussendliche User-Base. Und wenn wir eben hier durchklicken, einfach mal die ganzen Partner-Announcements ansehen, da sind Sportler drin, hier mit 150.000 Follower. Das kann man auf jeden Fall zeigen, was die Ambassadoren hier an Reichweite haben und auch an richtiger Reichweite in der richtigen Zielgruppe vor allem. Würde mir jemand zeigen, dass ich mit einer App einfach ein NFT-T-Shirt mir ausleihen kann und damit meine Kalorien tracke und dann irgendwie einen Eiweißshake gratis bekomme, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Dann werden natürlich coole Partnerunternehmen sein und ich meine Supplemente wirklich kostenlos fürs Kalorienverbrennen nutzen darf. Perfekt. Für alle, die in den Preset investiert haben, steht natürlich noch eines aus. Man muss die KYC machen. Das findet man definitiv ganz einfach in der Fitburn oder Fitburn Germany Gruppe. Wenn man hier KYC oder Blockpass eingibt, dann kommt hier der Link, wo du die KYC machst. Das ist wichtig, ist auch anonym und wird nirgendwo weitergesendet. Dafür bekommst du aber auch auf deine E-Mail dann einen Vertrag. Das haben wir als Presale-Investoren noch nicht bekommen. Als Presale-Investoren bekommen wir die Saftverträge dann innerhalb oder bis Ende März. Hatten wir Fairheit mitgeteilt und darauf warten wir eben noch. Das ist noch wichtig zu tun. Und mein Presale-Pool ist leider voll beziehungsweise beendet. Wir sind da unglaublich erfolgreich reingegangen. Und wer natürlich noch einen Pool sucht, ihr könnt hier in der Suchleiste Pool eingeben und ihr kommt zum Link. Dort ist aber nur noch eine limitierte Allocation frei. Also von 100.000 Dollar Total Cap sind schon 87.000 Dollar reingegangen. Dann ist das Ding ebenfalls voll. Aber das kann wieder dauern und dann ebenfalls auch ausverkauft sein. Dementsprechend, wenn ihr noch vorher in den Presale reingehen wollt, wird mit einem 2x launchen das Video zum Launch oder das Gespräch, über welche Launchpads dann wirklich in die Maske gegangen wird. Das verlinke ich euch hier oben. Haben wir auch schon drüber gequatscht und ist eigentlich richtig, richtig gut, weil hier nicht auf einer Dex oder irgendwelchen Pancake Swap Exchanges gelauncht wird. Hier wird auch Top-Tier-Exchanges gelauncht in Launchpads. Und ich hoffe immer noch insgeheim auf Binance, obwohl es sehr, sehr, sehr schwierig ist. Trotzdem richtig, richtig starke Roadmap, richtig, richtig starke Pläne. Wenn ihr dort ein paar Livestreams, ein paar Videos von FitBern verfolgt, ihr merkt, die Leute haben Ahnung, da sind Unternehmer dahinter und keine Möchtegerns. Und dementsprechend gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass man hier Profite machen kann. Ist aber wie gesagt keine Finanzberatung. Wir hatten in letzter Zeit sehr oft Glück, bei irgendwelchen Launches, bei irgendwelchen Pre-Sales dabei zu sein und auch profitabel verkaufen zu können. Hier ist meiner Meinung nach auch das Risk-to-Reward-Verhältnis ziemlich absehbar und positiv. Und dementsprechend bin ich weiterhin gespannt, was da so passiert. Solltest du irgendwelche Fragen haben, geh am besten in die FitBern deutschsprachige Gruppe. Es gibt auch noch die ganz normale internationale mit über 8.000 Membern. Sonst kannst du auch gerne bei uns in die Telegram-Gruppe mit reinkommen. Und dann sehen und hören wir uns schon im nächsten Video. Ich wünsche euch immer Happy Gains mit den Pre-Sale-Projekten wie FitBern und natürlich auch Bitcoin generell. Wir sehen und hören uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch immer was. Ciao, ciao.